Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den letzten Wiesner News des Jahres. Wir fahren langsam runter, ihr fahrt hoffentlich auch langsam so ein bisschen runter, entspannt, zu Hause bleiben und so weiter und so fort. Noch die letzten News des Jahres und dann sehen wir uns erst Mitte Januar wieder, voraussichtlich, wenn die Welt sich hoffentlich wieder so ein bisschen halbwegs normal dreht. Nebenbei, ich filme das erste Mal mit der A7 IV, der Brand 9, die habe ich erst ein paar Tage, mit 28 mm auf Blende 2.0. Standardprofil, Autofokus mit Augenerkennung und so weiter. Ich sehe sie nicht, wieso sehe ich sie eigentlich nicht? Eigentlich müsste ich sie sehen, ne? Wahrscheinlich muss man es anschalten. Ist wieder das, ne? Neue Kamera, ich kann sie noch nicht richtig bedienen. Kaum ist der Sebastian weg, funktioniert hier nichts mehr mit dem Film. Na gut. Industrienews, ein paar Sachen habe ich gefunden. Zum Beispiel die Prinzenuniversität, die hat eine Kamera entwickelt, die ist so klein wie ein Salzkorn. Superkleine Kameras, gibt es ja schon länger, aber die hat jetzt eine beeindruckende Bildqualität. Bildqualität. Also guck dir das an, ich verlinke das. Jetzt zeigen sie ein paar Vergleichsbilder, wie so eine Bildqualität bei so kleinen Kameras früher aussah. Also früher im Sinne von letztes Jahr und wie sie jetzt aussieht. Crazy. Also so dermaßen winzig und trotzdem brauchbare Bilder. Faszinierend. Auch faszinierend ist Canon. Die haben sechs Monate Lieferzeit für die Canon EOS R3. Gut, ja, ihre neue Topkamera ist schwierig zu bauen, keine Chips und so weiter. Aber auch für das Objektiv. 1435 F4. Kopfkratzen. Weiß ich nicht, warum das so lange dauert. Ob sie so dermaßen viele Vorbestellungen haben oder mit der Produktion nicht hinterherkommen. Manchmal wundert man sich ja. Ich habe mir dieses Jahr ein neues Auto bestellt für nächstes Jahr und als ich mit VW gesprochen habe, da hat er mir gesagt, wenn ich ein Audi A6 war im Gespräch, wenn ich den bestelle, dann soll ich keine Anhängerkupplung nehmen, weil wenn ich Anhängerkupplung nehme, damit dauert das gleich ein paar Monate länger, bis sie das liefern. Anhängerkupplung. Aber da ist natürlich auch eine elektronische Steuerung drin und irgendein Element dieser Kette da drin quasi war nicht lieferbar. Und so kann das manchmal gehen, dass so kleine Komponenten wie irgendein Chip in der Steuerung für die Anhängerkupplung vom Audi dazu führt, dass der ganze Audi später kommt. You never know. Genau. Makro. Makro für Nikon. Venus Optics, die haben ein neues Makro-Objektiv angekündigt und zwar Zweifach-Ultra-Makro. Die haben ein kleines Demo-Video gemacht, das ist ziemlich beeindruckend, weil so Zweifach-Ultra-Makro, da kommt man dicht mit rein, ohne noch zusätzlich irgendwie da Linsen davor basteln zu müssen. Und für den Z-Mode, zumindest Native, gibt es ja noch nicht so viel im Makro-Bereich generell. Man müsste halt ein altes Objektiv adoptieren oder die ganz neuen gibt es ja auch inzwischen zwei. Stimmt, es gibt zwei. Das hier ist günstiger. Eventuell. Ich verlinke das. Hätten Sie es gewusst. Keine Industrie-News per se, aber in Filmen, in Kinofilmen, wenn da einer schreit, so richtig doll schreit, dann ist das häufig meistens scheinbar nicht der Schauspieler, weil das gar nicht so einfach ist, so zu schreien. Ich habe ein Video gefunden, wo Sie das ein bisschen erklären, dass es gibt tatsächlich Leute, die ihr Beruf ist zu schreien. Viele Filme werden ja nochmal nachgesprochen, nachsynchronisiert, weil der Sound bei der Aufnahme nicht gut genug ist. Und die Schreie werden also auch von jemandem anders dann halt eben, je nachdem Mann oder Frau natürlich. Nebenbei, nie drüber nachgedacht, aber es ist natürlich so, wenn man sich so richtig doll erschreckt, richtig doll Angst hat, dann schreit man gar nicht. Die eine Schreierin erklärt das ein bisschen. Aber es sieht im Film halt langweilig aus. Ich schreite mich so, huch, ist ja doof, ich muss ja schreien. Und also im Film schreit man sehr viel mehr als wirklich in ihr Leben scheinbar. Das ist tatsächlich so. So richtig, richtig doll erschrocken geschrien habe ich noch nie. Also mich erschrocken natürlich oder Angst gehabt. Und dann wird man, erstarrt man so ein bisschen, aber man schreit ja nicht. Man schreit, weil man sich, weil man Schmerzen hat. Ich hau mir mit dem Hammer auf den Nagel, dann fluche ich. Aber so dieser Angstschrei ist scheinbar eine Kinogeschichte, die es in Wirklichkeit gar nicht so richtig gibt. Hätten sie es gewusst. So, mehr habe ich nicht gefunden. Die Welt geht langsam in den Winterschlaf. Hashtag Wiesnernus auf Instagram, wenn du möchtest, dass wir dein Bild sprechen, warte bis in Januar und poste dann ein Bild. Das hat zum Beispiel EF Pictures gemacht. Der war in Nordrhein-Westfalen unterwegs und hat ein sehr schönes Pilzfoto gemacht. Also dieser klassische Pilz steht irgendwo von unten in der Taschenabber angeleuchtet, dass der so von innen leuchtet. Das sieht man ja häufiger. Und ist also eine ganz, ganz schöne Variante geworden, finde ich. Da im Schnee. Also er hat schon ein bisschen Schnee gehabt. Wir leider noch nicht. Kriegen wir dieses Jahr. Meine Tendenz ist, dieses Jahr gibt es nicht so kalten Winter wie letztes Jahr. Ja, wird vielleicht grau, nass und doof werden bei uns. Naja. Dann ISO 100 Blende 8. Der hat einen Vogel fotografiert. Und so ganz super minimalistisch. Der weiße Vogel im Grauen nichts und so weiter mit der Spiegelung noch drinnen. Nebenbei, da kann man natürlich nicht wirklich eine Langzeitbelichtung machen, weil das Wasser ist nicht ganz glatt natürlich davor mit der Spiegelung. Muss auch gar nicht. Sieht dadurch natürlich echt aus. Super minimalistisch. Mag ich total gerne. Und ist relativ schwierig, das hinzukriegen, das einigermaßen richtig zu belichten. Dass nicht irgendwie alles nur graue Suppe ist und der Vogel nicht zu sehen oder der Vogel ausgebrannt oder wie auch immer. Also hat er gut gemacht, finde ich. Gefällt mir ganz toll. Solche Fotos mag ich total gerne. Das im Querformat groß an die Wand hängen. So super minimalistisch. Entspannend. Dann kann der Stefan auch ein bisschen langsamer reden, wenn er sowas anguckt. Also mag ich gerne. Gefällt mir sehr gut. ISO 100. Und dann der Martin Friedrich. Der Martin Friedrich war an der Burg Hohenzollern. Die haben wir letzte Woche schon. Diesmal nochmal von der anderen Perspektive. Bei Nacht oder Ende blauer Stunde wahrscheinlich. Und schon winterlich. Also da in Süddeutschland gibt es scheinbar schon Winter. So was Winter angeht. Ich hätte Lust mal wieder auf richtig Schnee. Man merkt es. Ich hätte Lust. Wir seit Wochen in der grauen Suppe sitzen. Ich darf nicht. Meine Frau hat mir gesagt, ich soll nicht mehr so viel fluchen. Weil unsere Tochter jetzt auch anfängt. Ich gebe mir Mühe, nicht mehr so viel Schimpfwörter zu benutzen. Sondern immer nur. Und keine Artikulation. Team Wiesner noch. Wir sind natürlich. Wie steht's? Hatte ich ja das letzte Mal schon angesagt. Bei euch super gut angekommen. Das neue Buch von Chris. Das Cover ist halt einfach. Also das Cover kann man natürlich auch nicht toppen. Also kommt sehr, sehr gut an bei euch. Wir haben deutlich über 1000 Bücher in der ersten Woche verkauft. Was crazy ist. Hat aber natürlich auch logistische Schwierigkeiten. Damit habe ich nicht gerechnet. Weil so Black Friday. Alle sind in Hektik. Die Deutsche Post hat gesagt. Diese Woche Montag haben sie 11 Millionen Pakete. Also DHL. 11 Millionen Pakete verschickt. Oder gehandelt. 11 Millionen. Das ist eine Million mehr als letztes Jahr. Aber letztes Jahr war schon Rekord. Also der höchste Aufkommen, das sie jemals hatten. Das kann natürlich schon mal ein bisschen die Leute überlasten. Weil parallel Corona ist. Bei uns in Celle. Bei uns im Landkreis ist leider so, dass wir bei der DHL-Stelle ganz viele Ausfälle haben durch Krankheit. Also ich hoffe nur Quarantäne und nicht alle krank. Aber jedenfalls Corona bedingt sehr viele Krankheitsfälle. Und dementsprechend ist bei uns jetzt dummerweise mehrere Tage hintereinander der DHL-Laster nicht gekommen. Das heißt, wir haben hier die Pakete eingepackt und keiner hat sie abgeholt. Jetzt am Freitag hat die endlich eine abgeholt. Eine extra Abholung kam. Und er hat dann gleich sechs Wagen mitgenommen. Das ist gut. Wir haben diese Woche 800 Pakete verschickt. 800 Pakete verschickt. Und da stehen noch 300 Eingepackte. Und wir haben immer noch 400 offene Bestellungen. Jetzt kannst du ja ausrechnen, was wir hier gemacht haben die ganze Woche. Pakete einpacken. Die Leonie und ich. Leonie hat nebenbei noch die Schülerin. Die hat nebenbei noch irgendwie Abitur, Vorbereitungsklausuren. Hat da ein bisschen Stress mit. Und kommt dann nach der Arbeit immer wieder Mofo hergefahren. Bei dem Wetter. Und packt hier tapfer für dich ein. So, dass du das auch mal siehst. Jetzt folgende Problematik. Viele von euch haben im Laufe der Tage halt eine Benachrichtigung gekriegt, dass das Paket verschickt ist. Das heißt erstmal nur, dass wir es eingepackt haben. Du kriegst dann von DHL ein Statusupdate. Da hat sich halt jetzt ein paar Tage nichts getan, weil die Pakete hier lagen. Die sind inzwischen in Hannover. In Hannover ist aber Überlastung. Die gehen aus Hannover nicht raus. Und das heißt, du kriegst erst ein Statusupdate, wenn die in Hannover gescannt sind. Das heißt, da steht jetzt der Wagen mit den Paketen. Keiner scannt die. Und keiner verarbeitet sie. Und irgendwann sind die halt dran. Und dann gehen sie weiter. Das kann halt noch 1, 2, 3 Tage dauern. Das kann ich nicht beeinflussen. Wir können nur tapfer weiter einpacken. Und hoffen, dass nächstes auch wieder normal abgeholt wird. Oder vielleicht wieder erst einmal die Woche. Ich kann es halt nicht beeinflussen. Wir parken so schnell ein, wie wir können. Wir schaffen so, wir haben diese Woche, wie gesagt, 800 Pakete eingepackt. Das ist eine ganze Menge, glaube ich. Für zwei halbe Stellen quasi. Weil ich muss ja auch noch was anderes machen. Und die Leonie muss ja nebenbei noch zur Schule gehen. So. Das zur Erklärung. Und ansonsten noch kurzes Update zu meinem MacBook, weil mich mehrere angeschrieben haben. Ich hatte ja ein MacBook bestellt. Der ist ja nicht gekommen. Der ist also bei UPS tatsächlich geklaut worden. In Hannover wahrscheinlich. Also Status-Update war Ankunft Hannover und dann nichts mehr. Apple schickt mir, ist natürlich versichert. Apple schickt mir einen neuen zu. Aber das dauert. Ich stehe jetzt halt hinten drin in der Liste. Das heißt, es kommt wahrscheinlich erst im Januar. Ist halt so. Nicht weiter tragisch, aber natürlich trotzdem ärgerlich. Und ja, irgendjemand hat sich jetzt gefreut, zu Weihnachten ein gratis Laptop zu kriegen, scheinbar. Und den letzten Punkt habe ich noch. Buchhandlungen. Mich rufen jetzt die ganze Woche Buchhandlungen an oder schreiben mich an und so weiter, weil viele von euch das Buch im Buchhandel kaufen wollen. Das gibt es nicht im Buchhandel. So, warum nicht? Weil viele von euch oder generell viele Leute haben das Gefühl, man muss den Buchhandel unterstützen. Ja und nein. Nicht vergessen, der Buchhandel ist nicht mein Feind, aber der Buchhandel möchte natürlich eine Marge haben. Die würden natürlich gerne 40 Prozent abhaben. Dann macht es für mich aber keinen Sinn mehr. Das Buch kostet 35 Euro, weil ich es nicht im Buchhandel packe. Wenn ich es im Buchhandel packen würde, würde es 50 Euro kosten oder so, damit der Chris und ich auch was abhaben. Wir machen die Bücher günstiger, als sie normalerweise wären, wenn sie in einem richtigen Verlag kämen, weil viel weniger Hände drin sind, die was abhaben wollen davon. Wir haben jetzt über 1000 Bücher verkauft. Ich bin noch im Verlust. Der Chris freut sich, dass er schon mal ein bisschen was kriegt. Die Designerin wollte was haben, der Lektor wollte was haben, die Druckerei hat mir gerade eine ganz große Rechnung geschickt. Das ist alles bezahlt natürlich. Und jetzt bin ich dann demnächst im Plus. Und dann ist es auch schon irgendwann wieder vergriffen. So ist es dann mit dem Buchgeschäft. Kleine Margen. Weil es jetzt ja nicht, ist ja keine 100.000er Auflage. Ist ja auch klar. So. Ansonsten bin ich im Januar hoffentlich nicht mehr am Husten. Ich bin fast durch. Sondern ein hartnäckiger Husten halt. Ich bin sonst gesund, aber ist halt so. Ich wünsche dir eine ganz schöne Weihnachtszeit. Bleib gesund. Der Klaus Reinders kommt nächste Woche nochmal für ein paar Tage gleich. Wir drehen noch ein paar Videos. Die gibt es aber wahrscheinlich dann auch erst im nächsten Jahr, je nachdem. Vielleicht gibt es schon mal einen Teaser oder so. Also wir machen noch nicht Feierabend. Aber wir fahren auch so langsam runter. Auch den Shop mache ich zu. Irgendwie Mitte des Monats oder so werde ich den Shop zumachen. Also wenn du noch was bei uns kaufen willst, mach das jetzt zeitnah. Damit das auch locker rechtzeitig vor Weihnachten reinkommt. Ich werde nicht am 21. hier stehen und Pakete einpacken. Und mit der Post kämpfen, dass sie die abholen und so weiter. Am Recht nicht. Also das als Vorwarnung. Also schöne Adventszeit. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Jahr. Bis dahin. Tschüss. Ich weiß die ganze Zeit nicht, ob ich im Fokus bin. Wahrscheinlich nicht, ne? Dann wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gemacht. Manueller Fokus oder so. Puh, verdammt. Du siehst das ja. Na ja, das geht. Puh.